liebe freunde willkommen zu einer neuen freshen folge ali der bastler ihr seht es es hat sich ja einiges getan im hintergrund die wand drumherum vieles vieles worauf ich gleich eingehen werde es gab in den letzten wochen leider nicht so viele videos keine detaillierten aufnahmen wo ich alles einzeln zeige aber dafür werde ich heute mal diesen rundgang mal machen damit ihr ungefähr wisst was genau passiert ist das allererste was ich machen lassen habe war der durchbruch der war mir sehr sehr wichtig denn ich habe nämlich zwei garagen und in der mitte musste ein durchbruch hin damit ich beide nutzen kann jetzt habe ich natürlich hier ein bisschen material noch drin da habe ich noch gar nichts gemacht das heißt es ist noch baumaterial und noch paar dinge die zum haus gehören die aber demnächst weg kommen deswegen habe ich dort noch nichts gemacht aber zumindest ist der durchbruch jetzt fertig und es ist alles soweit hier in dieser hälfte sauber und relativ gut eingerichtet nachdem man der durchbruch fertig war und ich hier mal ein bisschen sauber gemacht habe den ganzen kram erst wieder einräumen durfte weil alles auf dem hof stand muss ich schnell wie möglich dafür sorgen dass meine zwingen an die wand kommen und noch paar regale deshalb habe ich als nächstes dann die wand verkleidet mit osb das hatte ich auch in meiner alten werkstatt gehabt osb ja das bietet wirklich sehr sehr viele vorteile man kann schnell mal an die was an die wand schrauben wieder abnehmen wenn man es nicht wenn man es irgendwie umstellen möchte oder sonst was allerdings hat mir die farbe mittlerweile nicht mehr gefallen deswegen habe ich das ganze in grau gestrichen grau ist so für die videoaufnahme ein neuer eine neutrale farbe plus es gibt dem ganzen so einen gemütlichen wohnzimmer look würde jetzt mal behaupten und das ganze wie gesagt gestrichen und nach und nach habe ich dann meine ganzen sachen hier an die wand montiert so dass ich dann endlich mal etwas freiraum hatte hier in der garage oder in der werkstatt so dass ich dann wirklich meine normalen arbeiten durchführen konnte damit aber die wände nicht überall grau sind und so eintönig langweilig aussieht habe ich mir was einfallen lassen und zwar diese fliesenoptik wand die idee ist natürlich nicht von mir die hatte ich damals in einem der videos von laura kampf gesehen die hat das nämlich mal glaube ich das war glaube ich in ihrer küche oder in der werkstatt küchenbereich oder sowas hat sie erst gemacht das hat mir so gut gefallen dass ich die idee unbedingt hier umsetzen wollte habe mir diese acht zentimeter holzbretter die ich schon hatte einfach abgelenkt rund um gerungen verpasst und dann schön an die wand genagelt da ich sowieso dort jetzt keine schweren sachen aufhängen werde reicht das vollkommen aus das soll ja einfach nur dekorativ aussehen um das ganze dann ein bisschen etwas bunter zu gestalten habe ich einfach die sticker von euch genommen und an die wand geklebt so sieht man die immer wieder früher war es halt nicht so dann hatte ich da mal ein bisschen da mal ein bisschen man hat es eigentlich nie gesehen und ich finde das vom ja von der optik her ziemlich gelungen und wenn dann mal wieder paar sticker hinzukommen klatsche ich sie schön an die wand schritt nummer vier licht licht ist mir wirklich sehr sehr wichtig gerade für videoaufnahmen ist das ja sowieso ein muss strom brauchte ich hier in der werkstatt das habe ich dann mit dem kollegen öskern gemacht der hat mir dabei geholfen das kabel habe ich unterirdisch verlegt ich habe mir einen sicherungskasten mit den automaten mit der mit dem fi und 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 all den ganzen kram besorgt und mit dem öskern zusammen haben wir das dann hier an die wand angebracht damit das noch mal hier separat abgesichert ist und nichts mit dem haus mit der hauselektrik zu tun hat es ist unten noch mal zusätzlich gesichert abgesichert deswegen ist das eigentlich ziemlich sicher steckdosen habe ich noch keine dafür habe ich mir nämlich heute noch material geholt war gut klemmen und 50 meter kabel das werde ich auch jetzt die tage machen was ich hier noch machen muss ist die decke streichen das hätte ich von vornherein machen müssen allerdings sage ich euch ganz ehrlich ich war hier manchmal ein bisschen planlos ich wusste nicht was ich machen soll wie womit fange ich an man braucht die den strom hier in der werkstatt man will natürlich nebenbei noch hier ein paar regale bauen den korpus muss ich bauen ich muss schubladen bauen das war dann irgendwann so viel gewesen ganz ehrlich das war irgendwann mal so viel gewesen dass ich gar nicht mehr wusste womit fange ich jetzt am besten an und das streichen der wände bzw der decken habe ich komplett vergessen oder einfach ignoriert kann man sagen dann eben halt drum herum streichen also ich weiß es ist jetzt nicht die perfekte arbeitsweise oder vorgehensweise aber es bleibt mir leider nichts anderes übrig ich würde die decken schön streichen und dann denke ich mal wird es hier ein bisschen freundlicher und noch heller sein was ich noch gebaut habe dass diese ecke möchte ich euch auf jeden fall noch mal zeigen das ist hier die bohr ecke die ich mir so zusammengestellt habe diese eiche schränke regale die hat sich auch damals gebaut für mein arbeitszimmer die sind dann hier irgendwann mal in der garage gelandet und da dachte ich mir okay das nutzt natürlich aus und tust da die ganzen plastik boxen rein das ganze zubehör das ganze zeug und die zwei regale die hatte ich auch in meiner alten werkstatt denen habe ich eine rotbraune lasur verpasst an die wand gehangen meine tischbau maschine die steht jetzt hier und dann hier so eine alte studio leuchte die ich ganz einfach an die wand montiert habe die man hier auch drehen und bewegen kann also zwar keine höhenverstellung aber es reicht vollkommen aus so jetzt kommen wir mal zu den unschönen arbeiten die ich noch machen muss und zwar ist das der korpus so wie der jetzt gerade ist sieht das natürlich nicht schön aus ich habe jetzt auch mal hier farbeimer und den ganzen großen kram da rein geschmissen damit mir das nicht hier vor den füßen liegt aber mittig rechts und links kommen schubladen rein das sind sechs sechs zwölf stück für das was ich jetzt im moment noch habe wird es auf jeden fall ausreichen wenn ich mal irgendwann schubladen brauche mehrere dann würde ich die zwei äußeren noch nutzen ich werde vorübergehend auf jeden fall die zwei äußeren werde ich mit regalböden versehen türen einbauen und dann kann ich da auch mal größere sachen zum beispiel reinlegen wie zum beispiel mein schweißgerät was ich vom robert bekommen habe und noch ein paar andere sachen die kleine werkbank ich sage jetzt wirklich kleine werkbank in meiner alten werkstatt hat diese werkbank wirklich groß ausgesehen jetzt hier in der werkstatt wirkt die irgendwie wie so ein beistelltisch auf rollen in die mitte werde ich auf jeden fall noch eine werkbank bauen eine wirklich ganz einfache konstruktion aus dicken kanthölzern dick heißt so 70er 70 mal 70 oder 80 mal 80 sind die glaube ich 79 genau 80 mal 80 kanthölzer daraus brauche ich mir dann eine werkbank die dann fest hier in der mitte stehen wird in einer größe von anderthalb meter mal meter das sollte auf jeden fall reichen und wenn ich mal irgendwie zusätzlich platz brauche schiebe ich einfach die kleine werkbank dazu und somit ist das problem auch gelöst das wäre der weitere schritt ja wenn das hier soweit ist dann geht es nämlich auch rüber in die andere hälfte und dort werde ich meine tischkreissäge aufbauen meine absauganlage das habe ich ja auch schon gesagt alles was schmutz verursacht kann ich dann drüben machen bis auf meine schleifarbeiten die mache ich hier dafür werde ich eine kleine mobile absauganlage hier stehen haben und vielleicht so fräser arbeiten oder sowas die werde ich dann auch hier machen weil hier nämlich die werkbank stehen wird ja im großen ganzen bin ich mit dem mit den fortschritten mit den ganzen arbeiten sehr zufrieden alles ist genauso wie ich es haben wollte gibt natürlich immer wieder ein paar kleinigkeiten die korrigiert werden müssen mit der zeit passt man ja auch einige sachen an es kommen werkzeuge hinzu maschinen kommen hinzu und da wird man eben wieder mal ein bisschen hin und herrücken die tore die werde ich von innen noch mal isolieren das heißt da kommen styropor platten dran und das sind natürlich auch öffnungen so ein schlitz unten wie oben da werde ich mit so einer gummi lippe arbeiten dass da durch wind und durch den ganzen wind und sowas nicht der ganze dreck irgendwie in die werkstatt rein gepustet wird werde ich und noch so eine gummi lippe machen und wenn es mal isoliert werden sollte wie zum beispiel das dach wo er auch wirklich viel wärme in die werkstatt kommt da werde ich einfach mal einen sehr sehr netten kollegen von dach pro da kenne ich den chef von denen einfach mal darauf ansprechen die kommen sich erst mal anschauen vielleicht kann man das dann isolieren und vernünftig abdichten mal schauen ich weiß es nicht ich werde wie gesagt die fachleute dazu holen und es nicht selber machen das war es wieder mal liebe freunde es hat mich auf jeden fall gefreut dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe dass ihr beim nächsten mal wieder dabei seid im nächsten video werde ich euch zeigen wie ich mir meine werkbank bau was ganz einfaches günstiges ich hätte mal sogar unter 100 euro etwas massives und stabiles in diesem sinne liebe freunde wünsche ich euch eine angenehme woche macht's gut tschüss